Willkommen zu unserem Video über die beste Nähmaschine auf dem Markt. Wenn Sie auf der Suche nach einer Nähmaschine sind, die Qualität, Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit bietet, sind Sie hier genau richtig. In diesem Video werden wir Ihnen die besten Nähmaschinen vorstellen, die Ihre Näharbeiten auf das nächste Level heben werden. Egal, ob Sie ein erfahrener Nähmaschine oder Anfänger sind, wir haben die richtige Nähmaschine für Sie. Bleiben Sie dran, um herauszufinden, welche Nähmaschine Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Lassen Sie uns jetzt eintauchen und die Welt der besten Nähmaschinen erkunden. Auf Platz 5 geht es aufwärts für die Brother CX70PE elektronische Nähmaschine. Die Brother CX70PE elektronische Nähmaschine ist ein bemerkenswertes Gerät für Näharbeiten aller Artikel. Mit insgesamt 70 verschiedenen Nähstichen, darunter auch Dekorativstiche, bietet sie eine breite Palette von Möglichkeiten für Ihre kreativen Projekte. Die Bedienung dieser Nähmaschine ist äußerst benutzerfreundlich. Der Komfortnadeleinfädler und die Aufspulautomatik erleichtern das Vorbereiten des Fadens erheblich. Die Unterfadenschnellautomatik spart Zeit und Aufwand beim Spulenwechsel. Die Brother CX70PE ist eine robuste Maschine, die sich ideal für unterschiedlichste Näharbeiten eignet. Dank der rotierenden Greifer und des inneren Metallmaterials ist sie langlebig und zuverlässig. Eine besondere Funktion, die diese Nähmaschine auszeichnet, ist die Möglichkeit, ohne Fußpedal zu nähen. Die Start & Stop Taste ermöglicht es, Näharbeiten ohne den Einsatz eines Fußpedals durchzuführen, was besonders praktisch ist. Der beiliegende Anschiebetisch eröffnet die Möglichkeit für Patchwork- und Quiltarbeiten. Besonders beeindruckend ist die Fähigkeit dieser Nähmaschine, schwere Stoffe mühelos zu bewältigen. Der starke 6-Punkt-Stoff-Transport mit speziellem Transporteur ermöglicht ein reibungsloses Nähen von Projekten mit schweren Stoffen wie Jeans. Zusätzlich bietet Brother eine großzügige dreijährige Garantie auf dieses Produkt, was das Vertrauen in die Qualität und Langlebigkeit der Nähmaschine unterstreicht. Auf Platz 4 geht es aufwärts für die Toyota Ökaki 50B Kreativ-Frei-Arm-Nähmaschine. Die Toyota Ökaki 50B Kreativ-Frei-Arm-Nähmaschine ist ein beeindruckendes Werkzeug für alle, die gerne nähen und kreativ tätig sind. Mit 50 verschiedenen Stichprogrammen bietet sie eine breite Vielfalt an Optionen für verschiedene Nähaufgaben. Eine herausragende Funktion dieser Nähmaschine ist die Super Jeans-Funktion. Mit einem kraftvollen Motor und einem speziellen Gleitfuß für Jeans-Gewebe ermöglicht sie das Nähen von bis zu 12 Lagen weichem Jeans-Gewebe, selbst mit dickem Garn. Das ist ideal für alle, die gerne Jeans-Nähen oder Reparaturen an robusten Stoffen durchführen. Der Ökaki-Modus ermöglicht Freihandstecken und eröffnet völlig neue kreative Möglichkeiten. Mit dieser Funktion können sie einzigartige Stickereien und Designs erstellen. Die computergesteuerte Regelung von Geschwindigkeit, Stichbreite und Länge macht das Nähen einfach und präzise. Das Bedienfeld mit fünf Einstelltasten ist benutzerfreundlich und ermöglicht eine schnelle Anpassung der Einstellungen. Die Nadeleinstellung ist ebenfalls sehr praktisch. Sie können die Nadel leicht nach oben oder unten bewegen, um das Nähstück zu positionieren oder zu entfernen. Der integrierte Nadeleinfädler erleichtert das Einfädeln des Fadens in das Nadelöhr erheblich, ohne lästiges Herumfummeln. Zusätzlich wird die Toyota Ökaki 50B mit einem Quick-Ratgeber geliefert, der Ihnen bei der Auswahl des richtigen Stichs und den verschiedenen Einstellmöglichkeiten der Maschine hilft. Dieser Ratgeber kann bequem neben der Maschine platziert oder oben an der Maschine angebracht werden. Auf Platz 3 geht es aufwärts für die Brother JX 17 FE Nähmaschine. Die Brother JX 17 FE Nähmaschine ist eine hervorragende Wahl für Nähanfänger und Enthusiasten gleichermaßen. Diese kompakte und handliche Nähmaschine bietet eine einfache Bedienung und eine beeindruckende Vielfalt an Funktionen. Mit insgesamt 17 verschiedenen Nähstichen, darunter Rückstich, Geradstich in verschiedenen Ausführungen, elastische Stiche und ein Knopfloch in vier Schritten, bietet diese Maschine eine breite Palette an Möglichkeiten für ihre Nähaufgaben. Die Einstellung des Knopflochfußes, die Nadelpositionskontrolle und die Einstellung der Fadenspannung ermöglichen eine präzise Anpassung für unterschiedliche Materialien und Projekte. Besonders bemerkenswert ist die Fähigkeit dieser Nähmaschine, dicke Stoffe mühelos zu bewältigen. Mit einem doppelten Nähfuß, einer Metallplatte, robusten rotierenden Greifern, einem leistungsstarken Motor und einem sechsreihigen Stofftransporteur können Sie problemlos Stoffe wie Jeans verarbeiten. Die LED-beleuchtete Arbeitsplatte sorgt für eine klare Sicht, selbst bei anspruchsvollen Projekten. Die Brother JX 17 FE ist nicht nur robust, sondern auch praktisch und handlich. Ihr interner Aufbau besteht aus beständigem Metall und sie wird mit einer großzügigen dreijährigen Garantie geliefert. Der im Maschinenaufbau integrierte Tragegriff ermöglicht einen einfachen Transport, was Sie ideal für Nähkorse und kreative Arbeiten macht. Die freistehende Armfunktion ermöglicht das Nähen von Rundnähten, was besonders nützlich ist, um den Konturen von Kleidungsstücken wie Hosenbeinen, Manschetten, Handschuhen und mehr zu folgen. Auf Platz zwei geht es aufwärts für die Singer Mercury 8 280 Nutznahtnähmaschine. Die Singer Mercury 8 280 Nutznahtnähmaschine ist ein solides Werkzeug für alltägliche Näharbeiten und bietet eine beeindruckende Auswahl an Funktionen. Mit 13 Programmen und sieben verschiedenen Sticharten ist sie äußerst vielseitig und ideal für Nähanfänger und erfahrene Näherinnen gleichermaßen. Das CB Greifersystem sorgt für eine zuverlässige Stichbildung und eine gleichmäßige Naht. Die bedienerfreundliche Rückwärtsnähtaste ermöglicht es Ihnen, schnell und einfach Rückstiche zu setzen, um Ihre Nähte zu sichern. Ein praktischer Fadenabschneider erleichtert das Schneiden des Fadens nach dem Nähen, was Zeit und Aufwand spart. Die Nähmaschine ist für den Betrieb mit 220 Volt ausgelegt, was sie vielseitig einsetzbar macht. Die Singer Mercury 8 280 bietet auch 16 einstellbare Punkte zur Anpassung der Stichlänge, was besonders nützlich ist, um unterschiedliche Materialien und Projekte zu bearbeiten. Die vereinfachte Einfädelung und die automatische Knopflochfunktion in vier Schritten erleichtern das Nähen zusätzlich. Die eingebaute Beleuchtung der Nähfläche sorgt für eine gute Sicht während des Nähens, was besonders bei feinen Details und dunklen Stoffen hilfreich ist. Mit einer Metallspule und mitgelieferten Freiam-Nähfüssen bietet diese Nähmaschine eine solide Konstruktion und nützliche Zubehörteile. Auf Platz 1 geht es aufwärts für die Uten-Nähmaschine elektronisch Freiam mit 200 Stiche. Die Uten-Nähmaschine elektronisch Freiam mit 200 Stichen ist ein beeindruckendes Werkzeug für Nähbegeisterte, sei es Einsteiger oder Profis. Die robuste Bauweise und starke Halterung sorgen für Langlebigkeit und Stabilität. Das helle LED-Licht beleuchtet den Arbeitsbereich perfekt. Mit insgesamt 100 Nutz- und Dekorstichen, darunter Elastikstiche, Zierstiche, Knopflochfunktion, Blindstich- und Uferlockstiche, bietet diese Nähmaschine eine Fülle von Optionen für verschiedene Nähaufgaben. Zusätzlich stehen 100 Buchstabenstiche zur Verfügung, um kreative Akzente zu setzen. Der leistungsstarke Motor arbeitet leise und effizient. Die Nähmaschine verfügt über acht automatische Knopflücher und eine Zwillingsnadelfunktion, um den Anforderungen unterschiedlicher Projekte gerecht zu werden. Der versenkbare Transporteur ermöglicht eine bequeme und zuverlässige Stoffführung. Die Bedienung ist dank des LC-Displays einfach. Es zeigt alle verfügbaren Nähte an und gibt Hinweise zum verwendeten Nähfuß. Praktische Funktionen wie die Aufspulvorrichtung, die Oberfadeneinfädelhilfe und das Freiam-Design machen Sie besonders anfängerfreundlich. Die Nähmaschine wird mit einer Vielzahl von Nähfüssen geliefert, darunter Reißverschlussfuß, Satin-Stichfuß, Knopffuß, Blindstichfuß, Knopflochfuß und Stickfuß. Die Uten-Nähmaschine zeichnet sich durch hohe Qualität aus und der Kundensupport steht zur Verfügung, um eventuelle Probleme zu lösen. Insgesamt ist dies eine großartige Nähmaschine, die eine breite Palette von Nähaufgaben bewältigen kann und dabei benutzerfreundlich ist. Nähmeth Nähmeth Untertitelung des ZDF, 2020